Hallo, hier spricht wieder eure Medienmikro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir in das neue Video starten, möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen bedanken, die mir in den letzten Wochen ein Like gegeben haben, ein Kommentar geschrieben oder sogar ein Abo geschenkt haben. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich total darüber. Aber ganz, ganz ehrlich, das gibt mir doch ein recht positives Gefühl. Heute habe ich ein Thema rausgesucht, wo ich glaube, ich werde ein gewisses Reizthema ansprechen. Aber ich mag es nun mal, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und ich würde gerne über das Wort Massenexperiment mit euch sprechen. War es ein Massenexperiment? Denn sie wussten nicht, was sie tun? Viele haben in ihren Kommentaren geschrieben, das war ein Massenexperiment. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstehe, dient ja dieser Begriff Massenexperiment so der Abgrenzung. Ja, also damit man eben gleich erkennt, das war keine normale Impfung. Und vor allem diese Impfkampagne war ganz anders als alles andere. Also mit anderen Worten, da steckte noch ein ganz anderer Hintergrund oder, nee, das war nicht gut formuliert. Da gab es eben noch ein ganz anderes Bestreben in diesem ganzen, wir nennen es jetzt mal weiterhin Impfung, denn das ist ja auch der offizielle Begriff. Hinter dieser Impfung steckte noch mehr. Und dann bezeichnen das viele eben als Massenexperiment. Und darüber habe ich jetzt die letzten zwei Wochen nachgedacht und bin aber zu dem Ergebnis gekommen, und ehrlich gesagt, vor einem Jahr habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und da war ich auch zu demselben Ergebnis gekommen, ich glaube nicht, dass das ein Massenexperiment war. Und bevor jetzt einige Schnappatmung bekommen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir kurz ein wenig zuhören könntet, warum ich das so denke. Wenn man ein Experiment plant, da ist das ja ein Versuch, ja, da möchte ich etwas herausfinden. Um etwas herauszufinden, brauche ich eine exakte, genaue Versuchsanordnung. Dazu brauche ich eine relativ homogene Gruppe, eventuell Tiere oder eben Menschen. Aber die müssen irgendwie relativ gleich sein. Gleich meine ich, gleiches Alter, keine zusätzlichen Medikamente und so etwas. Dann muss man es gut überprüfen. Das heißt, die Überprüfbarkeit muss gegeben sein. Und um das eben gut zu überprüfen, brauche ich ja engmaschige Beobachtungen, relativ zeitnahe Begutachtungen. Und was ganz wichtig ist, ich brauche gleiche Substanzen. Also immer wieder die gleiche Menge. Und in meiner Versuchsgruppe müssen diese Substanzen eben in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang sein. Also es muss eine absolute Gleichheit möglichst da sein. Und der Verabreichungsmodus einer Substanz muss eben immer gleich sein. Sonst lässt sich nichts bewerten, ja. Also die Substanzen dürfen auch keine veränderten Zusätze besitzen. Und eben die Substanzen, beziehungsweise dann auch der Wirkstoff, muss immer in der selben Dosierung sein. Das muss immer so stabil, konstant gegeben werden. Okay. Und wenn wir jetzt uns dieses, wenn wir so wollen, dieses Experiment, aber ich glaube nicht, dass es ein Experiment war. Also dieses, was wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben, uns mal genau betrachten, da ist es ja eben so, dass es erstmal eine sehr heterogene Gruppe war und keine homogene Gruppe. Wir konnten es nicht überprüfen, weil es konnten ja auch zum Beispiel Menschen geimpft werden, auch ohne, dass sie irgendwie ihren Personalausweis vorgezeigt haben. Also es gab ja überall niedrigschwellige Impfangebote und teilweise eben auch ohne jegliche Kontrolle. Also theoretisch konnte man sich ja auch so viel impfen lassen, wie man möchte. Und diese ganzen Faktoren sind nicht so ausgelegt, dass man jetzt sagen kann, das kann irgendwer noch mal auswerten. Und ich glaube ehrlich gesagt, darum ging es auch. Von meinem Gefühl her ist es so, dass man genau das wollte, dass man es eben nicht noch mal alles so nachvollziehen kann. Gerade die Gruppe der Geimpften waren ja auch die Gruppe, die ja auch eher noch mal sich infizieren sollten. Ja, also von daher, das wurde sehr, sehr durcheinander gemischt. Und auch auffallend war ja, man hat die Menge geändert, man hat die Chargen geändert, man hat die Wirkmechanismen untereinander, wurden ja auch wild durcheinander getauscht. Also ich meine jetzt von einem Hersteller zum anderen Hersteller. Und man hat eben auch dadurch verschiedene Produktlinien erwischt. Das bedeutet, die Nachvollziehbarkeit dieses in Anführungszeichen Experimentes ist hier nicht gegeben. Und somit könnte man jetzt überhaupt nichts mehr auswerten. Und man hat ja auch keine Rücksicht darauf genommen auf Vorerkrankungen oder auch Medikamentenkreuzreaktionen. Man hat teilweise auch noch eine Grippeimpfung dazugegeben oder auch eine Gürtelrosenimpfung. Also es wurde überhaupt kein Wert darauf gelegt, eine vernünftige Vergleichbarkeit von Ergebnissen zu erzielen. Bei einem Massenexperiment. Ich kenne verschiedene Experimente. Es gibt ja verschiedenste Versuchsdesigns. Aber ich würde mal sagen, dass man niemals eine größere Gruppe und 100.000 Menschen werden schon viel, aber ich glaube, niemals geht man auf eine größere Gruppe von 100.000 Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es kein Experiment war, war es dann nicht Vorsatz? Und wo lief eigentlich der richtige Versuch? Also wann lief der Versuch? und bei wem fand er statt? Wo fand er statt? In welcher Gruppe? Ich vermute mal, das sind die wirklichen interessanten Fragen. Welche Vorversuche gab es? Und zwar ist auch noch eine interessante Frage, in welchem Jahr fanden denn die Versuche statt? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man einfach so eine Impfung, wir nennen das jetzt weiterhin Impfung, eine Impfung aus dem Hut gezaubert hat, das potenziell 7 Milliarden Menschen verabreichen wollte und keine Ahnung hatte. Mag sein, dass das so wirkt, mag sein, dass das alles total random und durcheinander wirkt, auf mich wirkt es aber doch eher so, als ob man versucht hat, keine Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn heute natürlich es Datenanalysten gibt, die versuchen aus diesem Wusel an Daten noch irgendwie durchzusteigen und natürlich auch versuchen, diese Daten in eine gewisse Korrelation einzubringen, es wird relativ schwierig sein. Ich sage ja, verschiedene Chargen, verschiedene Impfstoffhersteller, verschiedene Produktlinien und noch verschiedene Zusatzmedikamente, die man ja sowieso vielleicht noch dazu genommen hat und dann auch noch, das darf man auch nicht vergessen, Menschen in allen Altersgruppen und man hat vor allem auch zum Beispiel Menschen in Sterbehospizen geimpft. Also von daher, normalerweise würde man so etwas bei einem Experiment nicht tun, weil sowas natürlich auch sich dann in diese Statistik einfügen würde und ja, normalerweise macht man das eigentlich nicht bei einem Versuch. Ich glaube, ich brauche da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Auf mich wirkt das Ganze eben so, als ob man ein Ziel hatte. Das Ziel war, möglichst viele Menschen zur Impfung zu bringen. Und im Grunde genommen haben sie das ja auch immer gesagt. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man gesagt hat, wir tun jetzt einfach alles, wir machen den sozialen, wir gehen über den sozialen Druck, wir gehen über diese niedrigschwelligen Angebote, wir stellen uns überall hin und überall ist es ganz einfach, so einen kleinen Pieks zu bekommen. Und genau das war es, was dann auch die meisten, glaube ich, zum Nachdenken gebracht hat. Diese extremen Bestrebungen eben Menschen in diese Nadel zu bekommen. Und das ist eben das, was so auffällig war, dass man das im Grunde genommen auch nicht mehr wegdiskutieren kann. Und dadurch hat man aber auch viele eben auch erreicht. Aber nicht mit einer vollen Zustimmung oft, sondern eher so mit einem Zähneknirschen, okay, dann mache ich es mal. Und ja, die anderen haben es ja eben auch gemacht. Und eben, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, aber das ist schon lange her, da habe ich gesagt, dieser Moment damals, wo es so war, 60 Prozent galten als geimpft. Ab dann konnte man sagen, die anderen sind in einer Minderheit, eine Minorität. Und durch diese Minderheit können wir jetzt sagen, okay, die Minderheit kann sich doch nicht gegen die Mehrheit stellen. Und deswegen hat die Mehrheit auch mehr Rechte. Also jedenfalls bei der Impfung war das so. Interessanterweise gilt das bei ganz vielen anderen Themen natürlich nicht. Aber das suchen wir uns ja auch so ein bisschen aus in der Politik scheinbar. Okay. Also der eine Hauptfaktor, den ich sehe, die Hauptbestrebung war, Menschen dazu zu bekommen, sich impfen zu lassen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Was ich aber auch immer gesehen habe, war ein extremes Präferieren des Pfizer-Impfstoffs. Also dass man versucht hat, immer zu sagen, das ist der Beste. Das ist der. Also den muss man nehmen. Und es standen auch immer wieder in irgendwelchen Koalitionsverträgen und so drin, naja, also das ist dann doch so der Impfstoff, wo wir eigentlich drauf hinlenken. Und auch in den Studien fällt mir auf, BioNTech-Pfizer-Impfstoff wird am meisten, aus meiner persönlichen Sicht, ich mag mich auch mal täuschen, aber so erscheint es mir, BioNTech-Pfizer wird auch am allermeisten überprüft jetzt. Also was der halt macht und welches Potenzial der eben hat. Und was ich auch immer noch mal sagen möchte, ich wünsche ja niemandem etwas Schlechtes. Das heißt, ich habe überhaupt nichts davon, wenn es jemandem ja schlecht geht oder wenn jemand durch eine Impfung leidet. Ich möchte hier nur mit auf einem gewissen Niveau, also freundlichen Austausch, Austausch an Argumenten, auch eine Meinungsfreiheit in meinen Kommentaren zulassen. Aber was natürlich auch klar ist, so wie irgendjemand jemanden beleidigt, also einen anderen Menschen beleidigt in den Kommentaren unter meinen Videos oder mich beleidigt, fliegt natürlich der Kommentar auch raus. Das brauchen wir nicht. Und dieses ganze Genöle ist dann ja auch ein bisschen blöd. Also vernünftige Argumentation ist, glaube ich, zielführend. Man muss auch Meinungen akzeptieren, die einem eben, die irgendwie konträr zu einem sind. Das muss ich natürlich auch natürlich aushalten können. Und das muss auch eine Gesellschaft ja generell aushalten können. Das ist wichtig. Aber natürlich nöhlige Kommentare oder eben Kommentare, wo andere Menschen irgendwie angegriffen werden. Also das brauchen wir nicht. Oder manche, es gibt auch Kommentare, da lachen manche Menschen einfach nur andere aus. Die sortiere ich dann auch raus. Die meisten Kommentare waren aber sehr, sehr freundlich. Dafür möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei euch bedanken. und ich werde auch versuchen, alle Kommentare immer zu lesen. Aber ich bin nicht hauptberuflicher YouTuber und ich lese sie dann, wenn ich dazu komme, Zeit habe und auch wirklich einen Kopf frei habe dafür. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen möchtet. Das interessiert mich wirklich. Wir können uns in den Kommentaren wunderbar austauschen. Ich habe schon viel durch die letzten Kommentare, die ich so gelesen habe, gelernt. Das ist doch auch ganz schön. Vielleicht lernen auch noch ein anderer mit mir mit, die das dann mal lesen. Also wie auch immer. Also alles ganz frei. Man kann es als Massenexperiment bestimmt auch beschreiben. Ich persönlich glaube aber, dass da doch eher Vorsatz hinter stand und dass man wusste, was man tut. Und dass man auch ganz gezielt Nebelkerzen geworfen hat. Dass man das so gut wie möglich alles miteinander verwoben macht. Also wie so ein Netz, wie so ein verknotetes Netz macht. Dass man am Ende nicht mehr den Faden aufnehmen kann. Ihn nicht mehr glatt sehen kann. Und dass man eben nicht mehr durchsteigt, durch was man eigentlich eventuell auch mal einen Schaden bekommen hat. Ich glaube, das war von Anfang an gewollt, dass man sehr, sehr viele Faktoren mit reinnimmt in dieses Anführungszeichen Experiment, in diese Massenimpfung. Nennen wir es doch mal so. Denn das war es auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, manche stören sich ja schon am Begriff Impfung. Aber bleiben wir mal bei der Massenimpfung. Die Massenimpfung fand ja statt. Aber eben kein Fall ist wie der andere. Das ist normalerweise sowieso so, weil wir es nur mal mit Individuen zu tun haben. Aber hier hat man wirklich noch so viele Faktoren mit reingenommen, dass man wirklich kaum noch durchsteigt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles, alles erdenklich Gute. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Medimikro.